Ja, das hier ist auch so ein Krono, der im Repertoire auf meinem Kanal noch gefehlt hat, der Breitling Super Ocean Heritage B01 Krono. Das holen wir jetzt einfach mal nach und ich freue mich, dass ich euch die Uhren zeigen kann. Bis gleich! Ja, hallo liebe Uhrenfreunde, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im Federhaus auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich zeige euch heute im Hands-On diese zwei Versionen, diese zwei Kronos des Breitlings Super Ocean Heritage Chronographen. Und woran erkennt man, dass man es hier mit einem Manufakturchronographen zu tun hat? Ganz genau, an den farblich unterschiedlichen Hilfszifferblättern. Also das sind diese kleinen Anzeigen auf der Uhr für diejenigen, die sich vielleicht noch neu mit dem Thema beschäftigen und noch nicht so richtig wissen, was ist ein Totalisator. Das sind diese kleinen Anzeigen auf dem Zifferblatt eines Chronographen. Und wenn die bei Breitling eine andere Farbe haben als das restliche Zifferblatt, dann steht das für ein Chronographenwerk aus der eigenen Manufaktur. Hier habe ich euch mal so eine kleine Schraube an der Lünette gezeigt. Das ist so ein Detail, das mir bei Breitling auch sehr gut gefällt, denn diese kleine Schraube verhindert, dass die Lünette einfach abfallen könnte. Dass man vielleicht, wenn man irgendwann mal mit hängen bleibt, dass man sich die sozusagen runterhebeln könnte. Das ist mir persönlich bei einer Uhr noch nie passiert. Aber ja, interessiert mich mal. Falls euch das schon mal passiert ist, dass ihr eine Lünette verloren habt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bei Breitling funktioniert das auf jeden Fall nicht so einfach, denn da sind rundherum um die Lünette immer überall so kleine Schrauben in die Lünette eingeschraubt, dass man diese nicht verlieren kann. Wo wir uns gerade das Gehäuse angucken, ihr könnt sehen, hier sind zum Teil noch die Schutzfolien drauf. Also nicht davon irritieren lassen, das ist keine Mattierung am Gehäuse, sondern das sind einfach nur noch mal so die Schutzfolien. Und das Gehäuse ist komplett voll poliert und das in Breitling typischer Art und Weise. Die machen da wirklich eine richtig gute Politur. Und da muss ich Breitling meiner Meinung nach nicht vor anderen Anbietern verstecken. Vollkommen egal, ob das jetzt die Grand Seiko Zerrazo Politur ist oder ob das die Politur von Rolex ist oder von Omega. Da steht Breitling meiner Meinung nach überhaupt in nichts nach, sondern die bieten wirklich eine richtig ordentliche Politur an. Und ja, ist für mich jedes Mal ein Highlight, so eine voll polierte Breitling in die Hand zu nehmen. Es ist vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich muss sagen, ich mag das schon sehr. Hier gucken wir uns mal das Milanese Armband an. Und ich muss davor auch meinen Hut ziehen. Ich finde, dass diese Milanese Armbänder von Breitling mit die Besten auf dem Markt sind. Und die gefallen mir sogar auch besser als das Milanese Armband, was Omega aktuell an seiner Bond Edition verbaut hat. Auch wenn das ein sehr gutes Armband ist, aber mir gefällt diese Lösung hier einfach noch ein bisschen besser. Hier kann man Bandelemente herausnehmen und es eben von beiden Seiten schön exakt an sein Handgelenk anpassen. Hier seht ihr das, das ist verschraubt, also das hat alles Hand und Fuß, wirkt in der Optik wie aus einem Guss. Und man hat eben jetzt nicht das Problem, dass die beiden Bandhälften sich überlappen und dass das dann an der Schließe eventuell zu dick aufträgt. Nein, das ist schön flach am Handgelenk, auch wenn es ein relativ dickes und massives Mesh-Armband ist. Aber das ist einfach super gemacht und da kann man dann, finde ich, auch diese Schließe so ein bisschen verschmerzen. Ja, man könnte sich hier vielleicht auch noch eine Schließe wünschen mit so einer Feinverstellung auf Knopfdruck. Aber insgesamt lassen die Einstellmöglichkeiten bei dieser Schließe keine Wünsche offen und bei diesem Armband. Das heißt, dieses Armband bekommt man garantiert sehr, sehr gut an seinen Arm angepasst. Ja, und hier können wir es sehen, das Manufakturwerk des Beitling B01 mit Schaltradsteuerung, vertikale Kupplung, also alles, was man sich als Uhrentechnik-Freak so ein bisschen auch an einem Chronographen wünscht. Man kann es hier sehen und das wirkt jetzt etwas technisch kühl und ist jetzt vielleicht von der Finissage her, also von der Veredelung her nicht auf einem extrem hohen Niveau, aber es soll ja auch so ein bisschen eine technische Anmutung haben und ich finde trotzdem, dass man es sich schon sehr gut angucken kann. Lünette bei beiden Uhren rastet einseitig drehbar mit 120 Klicks. Auch eine sehr, sehr schöne und hochwertige Rastung. Hatte ich überhaupt nichts daran auszusetzen und gerade in Kombination mit dem Gedanken, dass man weiß, das ist noch durch diese Schraube an den Seiten in der Lünette gesichert und ich kann die Lünette nicht verlieren, das gibt insgesamt ein schönes, sicheres Gefühl. Hier zeige ich euch die andere Farbvariante auch nochmal. Auch da 120 Klicks, einseitig drehbar, exakt das gleiche hochwertige Gefühl. Hier in einer anderen Farbkombination, hier seht ihr, sind die Totalisatoren in schwarz gehalten, passend zur Lünette und eben auch da der Hinweis, wir haben es hier dann mit dem B01 Manufakturwerk zu tun. Hier die Schließe an diesem Kautschukband, wirklich großartig gemacht. Hier haben wir dann eine Schließe, die eben sich über so einen Drücker fein verstellen lässt. Es wäre natürlich die Krönung, diese Kombination auch an dem Milanesearmband zu haben. Vielleicht rüstet das Breitling ja irgendwann nochmal nach, aber ja, da muss ich auch mal sagen, hier die Schließe wirklich absolut top. So stellt man sich das einfach auch an der Uhr in diesem Preissegment vor. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Wirklich aus dem Vollen gearbeitet. Auch ein sehr, sehr hochwertiges Kautschukband, das sollte man am Abend mal erlebt haben. Finde ich wirklich schön. Auch die Struktur in diesem Armband ist toll. Ja, insgesamt komme ich gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus von diesen Uhren. Man muss sie natürlich tragen können. Die haben auch eine recht große Horn-zu-Horn-Länge. Technischen Daten blende ich euch gleich ein. Aber das ist so eine Uhr, über die lässt es sich einfach auch schön erzählen. Das ist jetzt nicht so eine angestrengte Review, die ich hier machen muss, wo ich auf sehr, sehr viele Details erzählen muss oder sowas. Das ist einfach eine Uhr, die in den Bildern an sich schon für sich spricht. Wenn man sie denn einfach mag, wenn man Chronographen-Fan ist und auch größere Uhren mag, ich denke, dann spricht einen diese Uhr an. Jetzt, als ich die Uhren anprobiert hatte, das ist schon eine Zeit lang her, das Video ist jetzt auch ein bisschen Archivmaterial, aber ich wollte euch eben auch nicht zu viel Breitling-Content auf einmal liefern. Und deswegen habe ich das Video nach hinten so ein bisschen angestellt. Mein Handgelenksumfang übrigens 18,5 cm so ungefähr. Also man sieht, die 44 mm Variante der Uhr an meinem Handgelenk ist auch schon das Maximum dessen, was ich so vertrage hier. Mir hat es diese blaue Kombination einfach angetan. Die ist komplett schöne blau mit den hellen Totis am Milanese-Armband. Und da gerät man schon ins Schwärmen. Die andere Variante ist ein bisschen subtiler, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt sehr, sehr, sehr zurückhaltend ist, aber sie fällt deutlich weniger auf. Das Kautschuk-Armband nimmt natürlich der Uhr eine Menge Bling und ist so ein bisschen dezenter. Ja, also die Qual der Wahl. Es gibt natürlich noch mehrere Modelle. Schaut euch da einfach gerne auch mal auf der Homepage um von Juwelier Laufer und stöbert da einfach mal ein bisschen. oder eben alternativ auf der Breitling Homepage. Und dann, ja, wenn ihr mal Interesse habt und in Minnen seid, dann schaut doch einfach mal bei Juwelier Laufer vorbei. Ich kann euch diese Uhren nur ans Herz legen und hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Macht's gut! Wir machen das mal ganz gut. Wir machen das Mal. Wie geht's? Untertitelung des ZDF, 2020